Tagesinfos zu 19. Juli 2011, Dienstag, Sonnenaufgang, Stuttgart, 5.41 Uhr morgens, Sonnenuntergang, 9.19 Uhr abends, Tageslicht, 15 Stunden, 38 Minuten, 29. Kalenderwoche, 12. Tag, Abnehmender Mond, schottischer Unabhängigkeitskrieg, erste Heiratsannonce, Rechtschreibregel in der Schweiz, Bichon und Orievo belagert, Südbrom WDC, fertiggestellt, Geburtstag, Vitalik, Gildschkort, Todestag, Okay, die Kruse, glücklich, Gedenktage, Heiliger Winzen von Paul, Namestag, Alfred und Marina, Erdkursch am Pumabiassee, Städte vor der Pleite, Hosselbetriebsrat will kämpfen, Zugspitz, Lauf, gigantische Show, First Lady Sinkfieber, Christoph Allhaus ist der Neue, Hammer Training, Zentralrad wird 60, Unglück in Indien, Autobahnparty, Inception auf Blatt 1, sind alle müde? Vielen Dank.